Guten Tag und herzlich willkommen zum 20-Minuten-Webinar QuickUp über die Bearbeitung von Kurzarbeit im Project-Account. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut und dem Webinar steht nichts mehr im Weg. Mein Name ist Patrick Hummiker und ich würde gerne Ihnen kurz unser Team näher bringen, das Sie heute durch das Webinar durchführen. Zu meiner Person, wie Sie vielleicht gelesen haben, bin ich vor kurzem zu der ConsultInform dazugestossen als Customer Success Consultant und werde Ihnen in Zukunft mit Rat und Tat rund um das Portfolio der ConsultInform-Welt zur Verfügung stehen. Mit dabei an meiner Seite ist auch der Senior Consultant Thomas Gassler. Er wird Sie heute durch die Demo durchführen und last but not least unser CEO Marcel Walter. Er wird heute den Chat bedienen und die Fragen rundum im Umfang von unseren Möglichkeiten so gut wie möglich beantworten. Die Fragen, die wir nicht beantworten können, werden wir gerne im Anschluss bilaterial mit den jeweiligen Personen besprechen. Wir werden uns einfach erlauben, auf sie zuzukommen. Sie sehen auf unserer Folie, dass wir versuchen, Ihnen das Thema Kurzarbeit in drei einfachen Schritte näher zu bringen. Wir werden anfangen mit der Anpassung von Projektarten. Den nächsten Schritt wird Sie neues Projekt Kurzarbeit eröffnen. Und das dritte, Leistungsverfassung von Mitarbeitern Kurzarbeit. Ja, vielleicht noch kurze Information. Wir werden das Webinar aufzeichnen und Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen von meiner Seite. Ich würde jetzt gerne das Wort übergeben an Thomas Gassler. Thomas, wenn du das Video übernehmen kannst. Ja, auch von meiner Seite guten Tag miteinander. Ich musste gerade noch kurz meinen Klick finden. Für die, die meine Stimme noch nicht kennen, mein Name ist Thomas Gassler. Und ich zeige Ihnen in den nächsten paar Minuten live, wie Sie das Projektaccount für den Kurzarbeitnachweis konfigurieren können. Kurzarbeit ist ja aufgrund der besonderen Lage im Coronavirus für viele Betriebe zum Thema geworden. Anmeldung und Abwicklung der Kurzarbeit ist über die kantonale Arbeitslosenkasse geregelt. Und eine von den Anforderungen, die Sie gegenüber der Arbeitslosenkasse erbringen müssen, ist eine genaue, detaillierte Auskunft über den zeitlichen Umfang der Kurzarbeit in Ihrem Betrieb. Dazu gehören Informationen, wie welche Mitarbeiter das Kurzarbeit leisten und wie hoch ist der Anteil von Ihrer Kurzarbeit in Form von absoluten Stunden und prozentual. Selbstverständlich kommen da nachher auch noch weitere Angaben, wie Löhne und so weiter dazu. Das ist aber nicht Teil, das im Projectaccount abgehandelt wird. Ich zeige Ihnen hier in drei Schritten, wie Sie Ihres Projectaccount anpassen müssen, damit Sie den Nachweis erbringen können. Als allererstes tun wir in den Firmenstammdaten unter den Projektarten in der Zuteilungsgruppe. Das ist die zweite unterste, EO-LV-Deckung heisst die bei mir. Bei Ihnen kann das je nachdem auch Militär- oder Mutterschaftbezeichnung sein. Im Übrigen können Sie das mit einem Doppelklick einfach auch umbenennen, wenn Sie das allgemeiner bezeichnen möchten. Also in diesem Bereich öffnen wir hier eine sogenannte Projektart Kurzarbeit. Ich habe das hier schon gemacht. Das sieht so aus. Ich habe dann auch eine hohe Sortiernummer gegeben, dass sie einfach ganz klar herauskommt. Und nachher auch entsprechend in der Auswertung herausgenommen werden kann. Sie können der Kurzarbeit Projektart auch eine separate Farbe zuweisen. Ich habe jetzt hier das Blau gewählt. Und damit ist eigentlich bereits alles gemacht, was Sie auf der Projektart machen müssen. Kurzarbeit gehört ganz sicher nicht irgendwo in eine von den anderen Arten. Also weder persönliche Freitag, noch krank, noch sonst irgendwo, sondern eben in dem Bereich, wo Sie auch der Militärteil oder eben Mutterschaft oder so drin haben. Also EO-Erwerbsersatzordnungsthemen. Im zweiten Schritt eröffnen Sie ein Projekt. Ich zeige das hier schnell. Es ist ein Absenzprojekt, so wie Sie auch andere Absenzprojekte haben. Und Sie eröffnen, in der Regel im Kontext von Ihren bisherigen Projektnummern, dass das ein bisschen reinpasst. Ich habe jetzt die hier auch bereits vorbereitet. Das Projekt heisst Kurzarbeit. Und wichtig jetzt hier unten Projektart Kurzarbeit zuweisen. Ansonsten verhaltet sich das Projekt, wie alle übrigen Absenzprojekte auch. Was Sie jetzt noch zusätzlich hier machen können, unter dem Mitarbeiter-Tab, die Mitarbeiter in dem Projekt zuweisen, wo Sie auch tatsächlich dann Kurzarbeit leisten. Das heißt, es ist ja so, dass Sie nicht einen ganzen Betrieb, jeden Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt werden. Es kann auch sein, dass Sie nur eine bestimmte Abteilung oder nur bestimmte Leute auf Kurzarbeit setzen. Aber es kann auch so sein, wie hier in meinem Beispiel, wo der ganze Betrieb auf Kurzarbeit geht. Und da haben Sie die Möglichkeit, das einzuschränken. Ein zweiter Schritt, den Sie hier drinnen noch machen, ist, dass Sie eine Tätigkeit anlegen. Das können Sie da unten mit diesem Button neu machen. Da die Tätigkeit eröffnen. Ich habe hier drinnen jetzt die schon eröffnet. Ich mache das nicht erneut. Und was Sie da noch machen können, so eine Erfassungsinfo hinterlegen. Damit wir beim Erfassen von diesen Leistungen gerade auch weiss, was eigentlich erwartet ist. Das kann so etwas sein, dass eben erklärt wird, was der Mitarbeiter da genau zu erfassen hat. Ich zeige es Ihnen nachher noch, was auf der Erfassungsmaske dann passiert. Damit ist eigentlich das Projekt Kurzarbeit angelegt. Und Sie können bereits in täglichen Betriebe übergehen im Sinn von der Leistungserfassung. Das heisst, Ihre Mitarbeiter erfassen ihre Leistungen und sämtliche Leistungen, die dann in Kurzarbeit laufen, werden da mit Kurzarbeit erfasst. Der Herr Thomas Aller da hat jetzt zum Beispiel heute, sind wir heute, ja, 29. Er hat viereinhalb Stunden auf das Projekt hier von der Baudirektion gearbeitet. Und den Rest vom Tag kann er nicht arbeiten. Und jetzt tut er da auf Kurzarbeit erfassen. Und hier oben sehen Sie jetzt den Text, den ich hinterlegt habe, als Erklärung. Bei Kurzarbeit muss die Minusdifferenz, die rote Zahl, also die 3,7 Stunden, werden da jetzt auf Kurzarbeit erfasst. Und damit ist der Tag ausgeglichen, die Zollstunden sind erreicht und Sie können eigentlich alles schon bereits im System, wie es nachher korrekt kann, auch ausgewertet werden. Dazu muss noch gesagt werden, dass zum Beispiel Ferien oder andere Absenzen, die die Mitarbeiter haben, wenn jemand krank ist, wird nicht auf Kurzarbeit gegangen, sondern dann wird ganz normal ein Ferientag oder ein Krankenstag im System erfasst. Das kann dann so aussehen, über einen Monat hinein zum Beispiel, dass jetzt da verschiedenste Erfassungen sind und da unten haben wir jeweils immer nur Differenz auf Zollstunden, in der untersten Linie, Differenz auf Zollstunden, die auf Kurzarbeit gehen. Sie sehen, das muss nicht jeden Tag genau gleich viel sein, also wenn Sie Ihren Betrieb sagen zu 50% auf Kurzarbeit, dann heisst das nicht, dass jeder Tag so aussehen muss, das kann da sehr wohl fliessen, rauf oder runter oder auch einen Tag, wie da zum Beispiel der siebte, wo voll gearbeitet worden ist, weil man das so machen konnte. Oder auch da, am 8. sind Ferien bezogen worden und da ganze Wochenferien, die werden ganz normal erfasst, wie das üblicherweise schon der Fall ist. Wenn jetzt die Kurzarbeit erfasst worden ist, müssen Sie gegenüber der Arbeitslosenkasse das ausweisen können, in Form von einem Report. Wir haben Ihnen das Excel-Pivot vorbereitet, ich habe mir das da bereits bei den Pivot-Reports hinterlegt, das ist da mal schnell weg. Das ist so ein Pivot-Report, den haben wir Kurzarbeit genannt, den kann man starten. Ja, wir sollten als richtiger Ort starten. So, kommt der Pivot-Report. Vorher ist die Sache noch am richtigen Ort erscheinen. Voilà, dann haben wir den Pivot-Report hier. Der Pivot-Report wird auch gerade aktualisiert. Und ich sehe jetzt da, dass der Herr Aller zum Beispiel 57 Stunden in dem Monat April, da der Monat drin, sind auf Kurzarbeit gegangen. Das ist ein Anteil von 36 Prozent in seinem Fall jetzt. Wenn wir weiter unten schauen, wenn wir die Maske ein bisschen anpassen, dann habe ich da auch sofort die Übersicht vom ganzen Betrieb. Der Betrieb hat jetzt als Beispiel 13 Prozent der gesamten Arbeitszeit, ist auf Kurzarbeit gegangen. Der Report können Sie bei uns bezeichnen, kriegen Sie auch vermutlich mit dem Anschluss-Mail. Und der kann je nachdem auch an der Arbeitslosenkasse respektiv dort, wo Sie das einreichen, gerade so entsprechend mitgereicht werden. Da sieht man nachher eben pro Mitarbeiter und über den ganzen Betrieb, wie die Kurzarbeit, Anteile und in absoluten Stunden. Das wäre es eigentlich schon, Sie sehen, das ist ganz kurz, pragmatisch. Es gibt keinen grossen Aufwand, wenn Sie die Project-Account heute schon einsetzen, haben Sie da eigentlich schon ein sehr schönes Werkzeug, um den Anforderungen gegenüber der Arbeitslosenkasse gerecht zu werden. Dann übergebe ich wieder an Patrick. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns das näher zu bringen. Es ist ja spannend, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin davon überzeugt, dass für diejenigen, die die Project-Account schon kennen, das nicht schwierig ist, zu verstehen. Es war für mich, also ich habe es verstanden und ich kenne Project-Account noch nicht so gut, von dem her gesagt, danke für mich. Ja, ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gefallen. Es war informativ, an dieser Stelle möchte ich auch gerne sagen, selbstverständlich sind wir offen für Anregungen und Vorschläge. Beide kommen Sie auf uns zu. Einige Informationen, die ich Ihnen auch gerne mit auf den Weg gebe. Sie halten nach dem Webinar ein E-Mail mit einigen Informationen rund um das Thema, so wie Thomas erwähnt hat, mit der Bivo-Auswertung Kurzarbeit. Und samtverständlich mit dem Link, wo Sie das Video noch mal anschauen können, wenn Sie jetzt vielleicht nicht genau wissen, wie Sie etwas machen müssten. Weiter, der Live-Avent wird noch bis um 12 Uhr aktiv sein. Das heisst, Sie können weiterhin Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden. Selbstverständlich können Sie auch ausserhalb von diesem Webinar auf uns zukommen, wenn Sie Fragen haben. Wir sind gerne bereit, Ihnen diese zu beantworten. Oder wenn Sie vielleicht auch Ihre Mitarbeiter auf dem Thema Schule oder auf anderen Themen möchten, dann sind wir sehr gerne bereit, mit Ihnen einen Termin abzumachen. Aber auch in diesen Zeiten können wir das selbstverständlich online machen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu dem QuickUp und dass Sie teilgenommen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und übergebe jetzt noch mal schnell das Wort an Thomas Gassler und an Marcel Walter, dass Sie sich auch noch schnell von Ihnen verabschieden können. Thomas, bitte. Ja, danke Patrick. Ich möchte mich auch von Ihnen verabschieden. Ein bisschen Entschuldigung, ich hatte ein bisschen Lampenfieber, darum stand uns nicht sofort am richtigen Ohr. Aber unser erstes QuickUp, es wird sicher nicht das Letzte sein. Und ich hoffe, wir sehen uns an dieser Stelle wieder in Form von einem nächsten Thema, das dann aufkommt. Einen schönen Tag, adieu miteinander. Ja, ich möchte mich auch bedanken eigentlich für die Teilnahme und wir hoffen, wie Patrick gesagt hat, dass das euch unterstützen kann, wie ihr diesen Ablauf finden kann. Wir sind wirklich offen, auch für Input von eurer Seite und stehen gerne für weitere Fragen per Telefon oder Mail zur Verfügung. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020